170 Jahre Bonifazius Werk. Ich bin seit zehn Jahren Botschafterin und wir sind mehr als nur ein Verein. Wir sind ein unabhängiges Gemeinschaft. Wir haben eine Gemeinschaftskraft, die vor allem nach Wahrheit strebt und vor allem auch noch weitergeht, indem es die Wahrheit weitergeben möchte in Bescheidenheit, Demut und Achtung vor jedem einzelnen Menschen. Auch Christus hatte Ehrfurcht vor den Menschen, weil er selbst Mensch geworden ist, obwohl er auch Gott ist. Und diese Botschaft dürfen wir weiter in uns leben lassen und weiterschenken. Ich bin stolz, dabei zu sein.